Ein neuer Nebendrop ist verfügbar! Und damit zeige ich dann mal... Ah, gute Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play No More Heroes! Heroes Paradise Uncut So, ich wollte schauen wie viel Knet ich hab Ok, fehlt noch ein bisschen was Aber... Aber... Mach kein Palabra Wir gehen auch zu Naomi Was? Was? What the fuck? Lord... Ich hab schon wieder das Spiel geglitscht Und mein... mein Bike kam nicht weiter Ich sagte euch ja, wir werden mal einen Besuch in Briefhead Videos abstatten Dann machen wir das doch mal Wir waren hier nämlich noch gar nicht drin bisher Haben nur Dauernd Anrufe gekriegt Travis! How's Business? Vierte Wand wird gebrochen! Guckt mal hier! Die spielen im Hintergrund, äh... No More Heroes Up Das machen wir ja irgendwann einmal Das machen wir ja irgendwann einmal Ich spielts Oh... Jetzt ist die Frage Ich guck mal ob ich nicht hier rumlaufen kann WTF? Du sollst denn nicht dein Bike jetzt an... Hast du denn jetzt aber nicht hier reingefallen, oder? Travis! Hey, it's a bad day! Okay Ich kann nirgendwo hochklären, what the hell man Wir fahren nämlich jetzt zu Naomi ins Labor Ich soll ihr hier was bringen Für mein schnickes, schnickes, schnickes Beem-Katan als Schiff Halt! Halt! Ich geh dann wieder raus, 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 raus Hier schön langweilig auf dem Bahn Und kein Schaltbahnplatz Warte mal Kannst du mal ein Stück zurück? Achso, ich dachte da wäre Nur wieder, äh... Irgendwo ist hier doch mal ein Ball oder irgend so was, ne? Also er ist doch... Bei Naomi Okay Ich will nicht den Ball suchen Ja, also es wird jetzt erstmal wieder ein bisschen dauern, bis wir... Zum nächsten... Rankommen Weil ich nämlich jetzt wieder auf... Upgrade und Knetejagd dann bin Das heißt, wir sparen jetzt erstmal nicht für den nächsten Boss Man kann es ja auch so durchforschen, wenn man einfach nur für die Bossgegner spart Machen wir aber nicht Yay! Was? Ich bleibe an einfachen Reifen hängen, komm nicht weiter Lord Spiel veräppelt mich ein bisschen Aber machst du sowieso Eventuell habe ich sogar die Knete fürs Upgrade, aber ich weiß es nicht Ah, das ist dich wieder So... Keine neue Waffe Okay Das heißt sie ist noch am Upgrade Gut, während sie noch Upgraden ist, schauen wir erstmal was wir mit unserem Geld dann machen Wir müssen ja auch nochmal ähm... Trainieren gehen Wir gehen pumpen Oh... Sag mal das nicht so... Ich darf... Ich meine schon, ja... Ich gehe die Puppe Oh... Oh... Hüff... 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 Travis... 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 Da war der Turbo... Ich habe den nur schon gesucht eben... Okay... Wo müssen wir denn eigentlich lang... Achso, ich bin genau auf dem richtigen Weg Das trifft sich ja sehr gut Halt... Versteigen Jetzt gehen wir jetzt mal schnell zu dem Russen Ich habe nämlich glaube ich wieder genug Bälle für ihn Das klingt so falsch, aber egal Kann aber sein, dass ich mich irre Ich habe genug... Haha... So... Die ersten zwei haben wir gemacht... Wir... Wir gehen ab... Und das einfach der Reihe nach ab Memory of a Child Doch, ich habe genug... Haha... So... Die ersten zwei haben wir gemacht... Und das einfach der Reihe nach ab Memory of a Child Okay... Learn the technique of pizza... Okay... Was auch immer... Alright... Wie überall hin... Als Brand Nomohirus dran steht... Roll credits... Haha... Würde der von Zimmer sind sagen... So... Da drüben ist... Äh... Auch gleich wieder die Zentrale für unsere Jobs Die kommen zu Jobs! Jetzt gehen wir erstmal schnell trainieren Wir gehen pumpen Oh... Ja... Dat... Teil mir mit dem Dat... Dat... Okay... Also wir können das immer wieder ein bisschen wiederholen... Okay... Komm schon... Ich krieg da wieder einen Krampf im Finger, gell? Von dem ganzen... Button-Matching hier... Okay... Gleich haben wir die Hälfte... Ist doch eine gute natürlich... Ja... Das ist alles... BAM 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 Alter... Mein Finger... Ich hab gleich einen Krampf... Hey... Okay... Oh... Meine Hand tut weh... Das ist schlimmer als bei den Quick Time Events bei God of War... Wenn er da die ganze Zeit auf die... Tasten hemmen muss... Okay... Nie beugen wieder... Ob ich das diesmal schaff... Obwohl es wird immer schneller... Mal gucken... Mal gucken... Gut... Auch du bist schafft... Sehr schön... Sehr schön... Sehr schön... Das kann man dann mal nach jedem... Ähm... Rangkampf wiederholen... Das ist eigentlich auch sinnvoll... Aber nun gut... So... Ähm... Ich mach so viele Jobs wie nötig sind... Bis zum nächsten Rangkampf... Weil irgendwann werde ich sowieso alle Jobs machen... gemacht haben müssen... Hallo... Travis... Das war Konjunktiv 3... Von Futur 2... Hahaha... Ähm... Aus dem einfachen Grund... Wir werden ja später auch viele Sachen ausgeben... Bei... Naomi... Und dann brauche ich ja... Ähm... Alles... 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 So... Was machen wir denn? Center Destroy High School... Okay... Töte so viele wie nötig... 4000 pro Kill... Das ist doch... Äh... nett... Das heißt für jeden fünften Kill 20.000... Das heißt wenn ich 25 Kill schaff's... Das wär cool... Ah cool... Jemand hat mein Motorrad hier geparkt... Ich weiß sowieso woher dieser Bishop diesen zweiten Schlüssel hat... Nein geh weg... Geh doch weg... Ey... Ich glitche an jedem Auto... Ey... Ist halt schlimm sowas... Die müssen wir hier sind... Will ich mal gucken... Wie käme ich denn da aufs Gelände... Ich geh jetzt alle... Ach... Hier durfte ich hier schon rein... Nein durfte ich noch nicht rein... Ich höre auch hier einen Ball... Wenn ich jetzt schon mal dabei bin... Sammle ich ein paar davon ein... Ja... Ist das auch nicht... So wenn ich nämlich hier... Schaffe rum zu kommen... Wenn Travis nicht überall hängen bleiben würde... Ich hab' aber noch zwei Container... Neeee... Seht mich an wie ich flitze... Ne 3 sogar... Ja... Da die eine Melodie bekam heißt... Oh cool... Oh shit... Ähh... Noch eins... Heißt das hier eigentlich... Ich hab' im Prinzip wieder genügend für eine neue Technik... Jetzt kann ich das mal zu meinem Motorrad zurück. Ihr flitzt! Travis on the run! Hat bestimmt keiner so ein Kultklattiger wie The Suite hier von euch. Kunstbanaus wieder! Wohl, könnt ihr das doch mal in die Kommentare schreiben. Ich meine insbesondere jetzt durch den neuesten Suicide Squad Trailer Ballroom Blitz. Wir sind uns ja wieder in jedermanns Ohr. Mein Ball. Hey, da ist noch ein Container. Die werden mir gar nicht mal angezeigt. Ich bin eigentlich nicht darauf verpicht, hier alles einzusammeln. Aber, na egal. Was wir halt unterwegs finden, das nehmen wir mit. Können wir erstmal diesen Geek hier durchspüren. Ich werde so viele B- Ich werde so viele B- Ich werde so viele B- So, Mission start. Und... Gab's irgendwie Besonderheit? Hab ich nur ein Leben? Eine Energie? Oder... Ne? 3... 2... 1... 2... 2... 2... 3... 3... 3... 5... 5... 5... 5... 5... 5... Ob ich nicht vielleicht die 25 zu gestaffe? Das war nämlich cool. Ist meine Stärke so angestiegen, dass ich die mit fast einem Hint schon dauernd bin? Sag mal. Können Sie mich verarschen hier? Der ist doch fast down, der Typ. Au. Der wird von so einem Billiggoon hier genastet. Was ist denn das? Hehehe. Wo? Wo sind die Gegner? Hä? Wir sind nirgendwo Gegner, what the hell? Was ist denn da? Das hat mich für Zeit gekostet, Mensch! Das war's schon. Man kann gar nicht so viele Kids holen. Das wird aber kein Gold sein, oder? Doch! Hätte ich nicht begeistert. Hätte ich nicht begeistert. Nice one! Okay. Dann habe ich diese beiden als unendlich Mission freigeschaltet. Machen wir jetzt nicht. Was ist denn hier? Hier ist die Typen. Hier ist die Jobagentur. Und... Nicht nur das... Hier ist doch irgendwo ein Ball. Ach, sie hat eine Knau, ne? Ich höre ihn, aber wo ist er? Ach so. Hier oben vielleicht. Nyaaah. War toll. Hier geht's doch nicht weiter. Oh! Zwei weitere Container. Yes! Hey, ich hab bald genug Geld! Kohle, Kohle, Kohle! Tralala. Dann gehen wir mal einen der normalen... Nebenjobs machen. Ich will jedes Mal auf den Container rein. Wollt ihr mal schauen? Die Ducke Dups! Das musste mal wieder sein. Wir schon wieder... Ey, ich fasse echt nicht, dass ich schon wieder fast gelookt beisammen hab, um... Warum kommst du hier? Die Waco-Man? So... Dann... Was haben wir denn alles schon gemacht? Was haben wir gemacht? Was haben wir auch gemacht? Das ist neu. Oh, mein Sweeping hab ich kein Bock da. Das war so'n Scheiß. Kitty-Race? Ah, gut. Machen wir erst mal die Tankstelle. Das Joke ist für dich! Don't forget! Bad Room Properm Gas Station. Wir fehlen noch... Ungefähr... Also knapp 60.000. Das ist so'n Job. Oh, wir werden schauen. Wo muss ich denn hin? Wie? Oh... Die Schweinebacke. Hey, ich hab auch... Wie ihr sehen könnt... Fast alle versteckten... Geldposten gefunden. Ey, komm, die Bälle, die werde ich doch irgendwann auch noch verfolgen, oder? Das ist ja nicht mehr viel. Gut, aber jetzt waren wir jetzt wieder hoch. Machen wir vielleicht doch mal noch irgendwann... Hier vorne. Juhu! Ich bin mal ein bisschen Rasen gemäht. Da hat's mal wieder in Höhen geklappt. So, komm, ein paar der Bälle sammle ich jetzt ein. Wenn ich immer hier bin. Yes! Wir kämpfen uns erst mal wieder durch ein paar Nebenmissionen. Müssen ja erst mal wieder Geld farmen, um dann den nächsten Grandkampf betreten zu können. Hier und da wird noch ein bisschen was erledigt. Nächstes Mal haben wir aber schon genug beisammen, um die Hauptmission zu starten. Was dann das sein wird, da könnt ihr euch dann drauf freuen. Wenn ihr weitere abgedrehte Spiele wie No More Heroes sehen wollt, müsst ihr einfach mal auf meinem Ninja Gaiden Let's Play von Jaiba oder Lollipop Chainser vorbeischauen. Unter anderem. Ansonsten, auf dem englischen Kanal gibt's auch ein bisschen was Japanisches, wie zum Beispiel Atelier Iris. Bis dahin, freut euch auf die nächste Folge. Ich war ja jetzt, ich würde kommentieren lassen und ich bin hier raus. Peace out! Bis zum nächsten Mal. Tschüss.